Ich bedanke mich an alle, oder mir, an alle, die 2018 bei FLP Nier gewesen sind, Familienstellen, Lebensberatung, Persönlichkeitsentwicklung, wo wir gemeinsam einen Weg gegangen sind, der Bewusstwerdung, der Achtsamkeit, der Gesundheit, des Genesens, dass Dinge passiert sind, die man zu Anfang nicht gehofft hätte, nicht geglaubt hätte, dass sie jemals passieren können, die aber passiert sind. Ich sage euch hiermit ein Dankeschön, meine Wertschätzung gegenüber euch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in 2019. Stoßt an, auf das, was passieren werdet, auf das, was wir noch nicht wissen. Ich freue mich auf die Menschen, die kommen werden, die auch noch nicht wissen, dass sie kommen werden. Auf die, die schon bewusst sind, dass sie kommen möchten. Auf ein nächstes heilsames Jahr 2019. In diesem Sinne verbleibe ich euer Robert Gerhard und freue mich über all die vielen schönen Stunden, die wir zusammen verlebt haben und noch erleben werden. Danke. Danke. Danke.